Sie ist erst Abend, die erste Kerze brandt, so hell und doch so klein. In der dunklen Winterszeit schenkst du den hellen Schein. Sie ist zweit Abend, die zweite Kerze brandt und lüchtet voller Schall. In der kalten Winterszeit schenkst du uns ein bisschen wahr. Sie ist dreht Abend, die dritte Kerze brandt mit ihrem warmen Schein. Sie blinzelt und sie flüstert. Du, Weihnachten, bist du gleich. Sie ist vierte Abend, die vierte Kerze brandt. Warum brennst du euch heute? Der Jesus hat Geburtstag bald. Das sag ich allen nicht. Ja, das sag ich allen nicht. тяk. Untertitelung des ZDF, 2020